Und der Rest geht weg. Die Männer gehen ja meistens glücklich vom Zucht an. Die ziehen soweit auch noch hin und dann werden sie geschlafft und dann müssen. Die Weibchen sind glücklich. Ja, die Weibchen sind glücklich. Die Weibchen sind glücklich. Die Weibchen sind glücklich. Die Weibchen sind glücklich. Die sind glücklich. Die können sie auch gleich mit dem Büro halten. Die sind glücklich. Ja. Die weibchen sind glücklich.